Vor 6 Wochen habe ich den Guide zur letzten Mission des Hauptspiels veröffentlicht. Seitdem ist nichts mehr an Guides erschienen, abgesehen von einer kurzen Erklärung zu meinem Musikpatch. Ein Grund dafür war meine Arbeit an Dark Mirror, einer eigenen Kampagne für das Dunkle Volk, die auf der Kampagne des Hauptspiels basiert. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch doch mal an. Nun gibt es nach meiner Kenntnis 110 weitere Missionen. Einzelspielerkarten mitgezählt, verteilt auf die Missions-CD, das Trojaner-Head-On und die zweite Missions-CD, aka die neue Welt. Ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll und da ich vor ein paar Wochen wieder angefangen habe zu arbeiten und auch noch Schulaufgaben auf mich zukommen werden, möchte ich kein großes Projekt anfangen, das ich nicht zeitnah beenden kann. Deshalb möchte ich euch mitentscheiden lassen, mit welcher Kampagne aus welchem Head-On es weitergehen soll. Bis eine Entscheidung getroffen wurde, schiebe ich vielleicht ein paar Einzelspielerkarten ein.